Hallo YouTube, hallo Abonnenten, ich bin es, euer MiamiRise und ihr seid hier auf dem Kanal von DAF, was so viel heißt wie die Arschfotzen, Freunde. Und ich hab mir gedacht, da ich die Deathcam von Battlefield 4 so liebe, mach ich eine Top 3. Auf Platz 3, dieser Junge her. Ich nenn ihn den Löcher-in-die-Wand-Starrer. Nachladen tut er aber, er starrt. Könnte ja noch einer kommen. Gut. Dann haben wir auf Platz 2. Ich nenne es den Tänzer. The Dancer. Ja, könnte man Musik von mir drunter spielen. Und auf Platz 1. Eine meiner letzten Runden gestern. Auf Platz 1. Der übermäßig aggressive 12-Jährige. Joa. Ich, äh, hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.